Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was der Zusammenhang zwischen dem Vorzeichen von f' und dem Monotonieverhalten von f ist. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir das Monotonieverhalten einer Funktion mithilfe des Funktionsgrafen der Ableitungsfunktion untersuchen können. Rechts ist hier der Graph einer Ableitungsfunktion f' dargestellt. Wir untersuchen das Monotonieverhalten von f. Jetzt folgt gleich der erste Arbeitsauftrag. An welchen Stellen ändert sich das Monotonieverhalten von f. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Wir kennen bereits den Zusammenhang zwischen dem Vorzeichen von f' und dem Monotonieverhalten von f. Jetzt wollen wir wissen, wo sich das Monotonieverhalten von f ändert und dafür könnten wir uns doch anschauen, wo sich das Vorzeichen von f' ändert. Und das ist natürlich genau dort, wo f' seine Nullstellen besitzt. Das bedeutet, das Monotonieverhalten von f ändert sich an den Stellen minus 2, 1 und 5. Also gut. Dann kommen wir schon zum nächsten Arbeitsauftrag. Fülle in die Lücken ein, ob f im angegebenen Intervall streng monoton steigend, also dann so einem Pfeil nach oben, oder streng monoton fallend, also Pfeil nach unten, ist. Nimm dir dafür noch ein paar Minuten Zeit, fülle die Lücken, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir darüber. Also gut. Wir wissen, wir können uns wieder am Vorzeichen orientieren. Also wir schauen uns als erstes einmal an, was passiert in diesem Intervall. Wenn x aus dem Intervall minus unendlich minus 2 ist, dann ist f' von x sicher negativ. Das bedeutet, dass f in diesem Intervall streng monoton fallend sein muss. Als nächstes schauen wir uns an, das Intervall minus 2, 1. Und für alle x aus diesem offenen Intervall gilt, dass f' von x positiv ist. Das bedeutet, f ist in diesem Intervall streng monoton steigend. Hier haben wir die ähnliche Situation wie hier vorne. Für alle x aus dem Intervall 1, 5 gilt, dass f' von x kleiner 0 ist. Das bedeutet, f ist dort streng monoton fallend. Und zum Abschluss noch für alle x größer 5 gilt, dass f' von x positiv ist, also größer 0 ist. Das bedeutet, f ist dort wieder streng monoton steigend. Gut. Und zum Abschluss gibt es noch einen letzten Arbeitsauftrag. Rechts sind die Graphen von f und minus f dargestellt. Beschrifte die beiden Graphen. Ich nehme dir dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir noch die Ergebnisse. Also gut. Dadurch, dass wir schon so viel über das Monotonieverhalten von f wissen, ist es leichter, zunächst einmal den Graph von f zu identifizieren. Denn wir wissen, f muss streng monoton fallend sein, dann streng monoton steigend, dann wieder streng monoton fallend und dann wieder streng monoton steigend. Und zwar genau jeweils in diesen offenen Intervallen. Und das trifft genau auf diesen grünen Funktionsgrafen hier zu. Also muss das hier der Funktionsgraf von f sein. Der Funktionsgraf von minus f ist dann genau das Spiegelbild von Funktionsgrafen von f und zwar gespiegelt an der x-Achse. Das liegt daran, dass erstens die Funktionswerte jeweils das andere Vorzeichen haben und auch das Monotonieverhalten ist genau verkehrt herum. Denn f ist hier in diesem offenen Intervall minus unendlich bis minus 2 streng monoton fallend. Also muss minus f dort streng monoton steigend sein. Und wir erkennen auch hier, es ist genau schön das Spiegelbild.